Hey Leute! Nochmal Hey Leute, falls das eben nicht ging. Ich befinde mich auf dem Minecraft Server, auf den Hunger Games Runden. Es geht um 5 Sekunden los, ich hoffe es sind auch genug Leute da, dass das jetzt auch starten kann. Ja, es sind genug Leute da. Ach Scheiße, ich habe kein Kit gewählt, stelle ich gerade fest. Ich war ein bisschen dumm. Scheiße. Hätte man machen sollen. Na klar, wir verpissen uns. Ich verpisse mich erstmal. Ich habe ein Steinschwert. Eigentlich auch gar nicht so schlecht dafür, dass man nichts gewählt hat. So ein nettes Steinschwert, aber man hat jetzt nichts anderes, ne? Ein bisschen schade. Und ich renne einfach mal weiter. Es ist jetzt immer noch mit der alten Maus, also ich denke mal morgen, das Video kommt ja jetzt am Sonntag raus. Sogar wenn wir genug Glück haben. Na doch, es sollte noch vor der Mod-Vorstellung rauskommen sogar. Also das heißt, entweder ist die Mod-Vorstellung schon draußen oder ihr werdet sie gleich sehen. Also oder sie kommt gleich raus, so meine ich das natürlich. Ich glaube ich verschanze mich da auf dieser Miniviese. Schade, jetzt habe ich leider keine Knochen. Ansonsten... Gehe so ein bisschen unter Wasser, sieht man mich nicht so doll. Auf jeden Fall müsste die Mod-Vorstellung bald rauskommen. Ich denke mal morgen bin ich in Göttingen. Und dann werde ich mal sehen, dass ich ne Maus kriege, ne neue. Das bietet sich nämlich an. Einfach mal das zu machen. Scheiße, da ist einer hinter mir. Fuck, 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 fuck. Im Wasser bin ich ihm ausgeliefert. Weiterschwimmen. Ja, da kommt schon die Insel. Scheiße, 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 jetzt bin ich tot. Geh doch sterben, du Wichser! Ah, schade, ich bin tot. Oder? Steht denn hier? Wo steht denn meine Todesmeldung? Ähm... Ach, da wurde von Gips... Gipsi 1998 getötet. Was haben wir denn hier? Haupt-Server-Teleport zu mein Bin. Teleport zu Skyblock. Okay, es gibt ne neue Dingsens. Egal, ich glaube wir zocken einfach noch ne Runde. Hallo? Sind die alle offline, ist ja scheiße. Okay, und damit sag ich dann. Tschüss, und ich denke mal, ich spiele dann noch ne Runde auf einem normalen Hangar-Game-Server von Ascalda. Und häng die Runde höchstwahrscheinlich sogar hinten dran. Bye-bye! Okay, also wie gesagt, hab ich ja gesagt... Also ich hab ja gesagt, dass ich noch ne Runde dran hänge. Und jetzt ist hier die Runde. Ich stand eben auf dem... Auf der Vierer-Map. Da stehen jetzt wahrscheinlich noch immer 10 Millionen... 10 Milliarden Leute. Und die Map startet natürlich wahrscheinlich immer noch nicht. Und hier geht jetzt in 6 Sekunden los. Weil da waren irgendwie so 12 Leute drauf. Aber kein Mensch hat... Außer mir hat gevotet. Und das war irgendwie leicht ätzend. Na komm, ich glaube ich kann mich hier... Kann mich hier mal ganz gechillt machen. Eisenschmerz schon mal nicht schlecht. Ach, hier kommt gar keiner runter. Hä? Okay... Ich bin einfach viel zu langsamer mit meiner Maus. Ich werd hier noch bekloppt. Ach nee, jetzt hab ich schon viele Eisensch... äh... Eisenschwerter. Ein Eisenschwert! Ich werd bekloppt! Ohohohoho! Und volle Lederrüstung. Und nen ganzen Pfeil. Irgendwie mal so alles unnötig kommt jetzt mal hier in die Kiste. So viele Schwerter kann kein Mensch gebrauchen. So... Alles was jetzt... Ne, das kann hier unten bleiben. Und... Hier noch irgendwas drinne. Hier ein Pfeil. Nimm nur noch das mit, was ich gebrauchen kann. Okay, ich weiß nicht, ob die Craze Parry jetzt schon zu Ende ist. Aber ich würd mal sagen, ich hab in dem Eisenschwert eine ganz gute Chance. Wir lassen das jetzt hier alles drinne. Das ist mir grad egal. Auf jeden Fall war hier mal so ne Strömung. Die haben sie jetzt behoben. Ach doch, Apfel nehmen wir mit. Kann nicht schaden. So, dann gucken wir mal. Ich glaub schon, dass die schon geendet hatten. Jetzt hoff ich mal, dass ich nicht gleich weggeschnellt werde. Wihi. So, so, so. Mal gucken, ob ich hier irgendwelche Nasen finden. Ich hab voll viel Essen. Ich glaub ich die ganze Zeit rennen. Wow, 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 wow. Du Pico. Arschloch. Okay, das war ein Eisenschwert und ich konnte nichts dafür. Ich bin halt einfach ein Noob. Jetzt geh ich mal in 4 und gucken mal, ob die Map schon gestartet ist. Nein. Die ganze Map ist leer. Okay, jetzt ist nur der Typ da. Es geht. Wow, ich möchte mal nur gegen einen kämpfen. Ach, das ist jetzt auch weg. Okay, damit beende ich die Runde. Und viel Spaß bei der gleich folgenden. Ich denke mal so 20 Minuten. Müsste das jetzt mit diesem Video hochladen sein. Kommende Mod Vorstellung. Heute ist nämlich die Two... Äh, sorry. More Pistons Mod dran. Jo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier dran. Die nächste Hunger Games Folge hoffentlich mit neuer, besserer, hoffentlich besserer Maus. Ja. Und dann Cheerio und Bye Bye.